einen wunderschönen guten tag meine lieben gamer freunde wir spielen heute eine runde black ops 3 im modus herrschaft auf der karte infektion und dann legen wir mal los ach so ja mit dabei habe ich die faro aufsetzen sie dir selbst soo granaten habe ich keine dabei ich glaube griff schafft habe ich dabei und trotpunkt visier das war es eigentlich schon und da sieht es wohl so aus als würden die base raven b ist noch nicht eingenommen und da krieg ich auch schon aufs maul wie soll es auch anders sein sag mal wie komisch kann man eigentlich spielen ja was was warum wir spielen hier herrschaften ihr nehmt keine flacken ein ich weiß nicht ob ihr die faro schon mal ausprobiert habt aber ich habe es im waffenspiel schon das heißt schon also waffenspiel hat man ja immer dabei die waffen sind ja selbst festgelegt und ich muss sagen und ich fand die ging ziemlich ab selbst mit schalter weil ich habe es jetzt ein paar mal mit schalter gespielt dieser auch im waffenspiel modus gespielt wird aber ja ich habe gedacht ich mache es mal ab ich mache mal ab und schalter versuch es mal ohne ich glaube ich habe schnell ziehen dabei wahrscheinlich an den rücken schieben wieder am start ich dachte er wäre schon tot ja es ist ja eigentlich ist es ja eine vollautomatische burst waffe die schießt zwar salven aber man kann die irgendwie so ganz komisch gedrückt halten jetzt zum beispiel bringt anscheinend mehr als wenn ich es mal mache weil ich versuche immer so zwei dreier zu triggern so und jetzt habe ich diesen schwarm dabei auch zum ersten mal hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht ich wollte das teil einfach mal ausprobieren weil ich habe noch nicht alle spezialisten fähigkeiten dabei gehabt und so scheinen aber wohl nicht so aktiv zu bringen ja ihr merkt schon die waffe ist gewöhnungsbedürfekt und da ist einem spawn danke leute fürs gespräch was ich mal kurz anschneiden wollte und zwar hatte ich mir gestern jetzt warten wir hier mal weil da sehe ich einen auf der karte battlefield 4 premium edition gegönnt und seht ihr ich börse andauernd anstatt durchzudrücken und wenn ich durchdrücke dann ist die viel 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 stärker ja und zwar habe ich mir battlefield 4 meine frage ist was wollt ihr lieber sehen cod oder battlefield 4 ich muss euch sagen ich werde unabhängig von eurer antwort so oder so wahrscheinlich abwechselnd black ops 3 und battlefield 4 bringen ganz einfach weil bevor ich überhaupt mit cod angefangen habe bin ich direkt mit battlefield eingestiegen und nach wie vor noch mein fabriken game und da steht einer links ganz smart an der ecke und ist am campen das ist ja dieses komische schwarm ding dabei keine ahnung wie das funktionieren sollten es ein bisschen komisch die geräusche dazu sind auch naja bravo gesichert so oieieiei der war da bös veräumt jetzt nehmt ja auch noch a1 ist ja wohl nicht dem ja ernst oder dann müssen wir jetzt natürlich auf c drauf gehen wir verlieren a ja battlefield 4 oder cod ich denke die meisten wollen wahrscheinlich eher black ops 3 sehen kann ich auch verstehen weil ist es ja auch momentan das hype game nr 1 battlefield 4 ist ja jetzt schon 2-3 jahre raus ich habe es zwar auch für die playstation 3 aber da ich mir vor zwei wochen eine 4er zugelegt habe ähm ja brauche ich natürlich auch das ein oder andere spiel ihr wisst ja dass playstation plus pflicht ist um online zu spielen aber sind wir mal ganz ehrlich diese 2-3 spiele da die im monat kostenlos sind die sind meistens der größte oh mann die sind meistens der größte rotz ja also uah alter was das für ein teil scheiße weg dir ach das ist talon wahrscheinlich ne niederlage 81 an 100 jetzt weiß ich gar nicht mein score dürfte aber wie immer mal nicht allzu gut sein sagen wir dann 17 8 und ich bin erster naja die lässt sich einigermaßen so noch sehen grad so eine 2 ja noch halbzeit seitenwechsel wie sieht eigentlich bei den gegnern aus die haben jetzt auch nicht alle den besten score aber auch nicht eine schlechte ich würde wahrscheinlich auch eine bessere gesamt kd haben wenn ich nicht so dumm reinwaschen würden wird man bis an meinem arbeiten weil ich habe ja auch eine relativ hohe empfittlichkeit achtung mehrere feindliche drohnen und das wird sich ja sehr viel auf die konzentuale eben aus und da steht da und hätte schon der letzte huren so und das muss man jetzt erstmal sagen also das ist ja wirklich ein huren so was er gerade gemacht hat ich weiß nicht sowieso die leute die äh schieß doch mal diese scheiß das scheiß kalending darunter machen so was war das jetzt gerade schon wieder man muss echt sagen also sobald es irgendwie zur mittagszeit geht das sinkt das niveau in black ops 3 sehr das ist echt so das wird ihr wahrscheinlich auch selbst wissen weil einfach andere leute online sind und die hocken an allen ecken und sie spielen einfach komisch ich weiß nicht was am angenehmsten ist es einfach wenn man morgens mal eine runde zack allerdings boah seht ihr was ich meine diese abfuckerei hier wir verlieren bravo schmerzt alles man oh echt euer scheiß ernst guckt ihr an den huren sohn Das ist der letzte verfickte Bastard auf dieser Welt, ey. Kann mir doch keiner erzählen, dass wenn man so spielt, dass das Spaß macht. Ja, da, zack, in die Fresse. Boah, schick noch ein Herzgefuck. Entschuldigung, Leute. Aber alter, ey. Der wartet da wahrscheinlich immer noch. Der rennt ja eh gleich wieder hin. Wollen wir wetten? Kleiner Hurensohn ist, ey. Woher wusste ich, dass da einer rauskommt? Ey. Woher wusste ich, dass von da oben einer kommt? Woher wusste ich's? Und da rei... Nein! Boah, war knapp. Das ist echt, also... Eine Schwitzerei. Das ist schon immer... Das ist schon nicht mehr, äh... Das ist nicht mehr normal, ey. Komm, kommt, komm in die Ecke, komm in die Ecke. Er läuft hin, er läuft hinten an dem Spritz, ah, mal 0, evident. Kann gut, wir einen hatten. Boah, Leute! kennt ihr das, wenn man andauernd von irgendwo angeschossen wird, ist das so extrem nervig einfach nur ich würde ja gerne mit einem Team spielen, aber leider spiele ich zu 90% meiner Zeit alleine, was jetzt nicht heißt, dass ich keine Freunde habe ab, aber am meisten, wenn ich keine Zeit habe, dann haben die Zeit und umgekehrt genauso boah, es war so klar, dass ich mal warten boah, von den Händen kommt ja gar nicht hier zu rum ne, die haben den ernsthaft, Junge, ernsthaft wissen wir, die Leute haben doch noch einen guten Score was sag ich, 24-11, ich habe einen 25-17 man wird echt bestraft, wenn man ein Objective spielt was war das schon wieder ganz echt, die Leute im Gegenteam, sie können sie können, sie können nicht spielen, ja sie können einfach nicht spielen Dark, er legt sich hin er legt sich hin und so macht ihnen das Spaß ey, also ja, guckt euch mal scoren, 25-19 ja, so viel zu einer 1 8er KD ey, aber Alter, wisst, ihr scheiß Drecksdeutschen fickt euch haut da rein grässliche Leistung, CDP kommt nach Hause Szenario nicht haltbar steige aus geht zurück ins Bootcamp SPR